Herzlich Willkommen in der Pfalz auf dem Weingut Doktor von Wassermann Jörner. Ich heiße Sie in Deidesheim und herzlich willkommen und zeige Ihnen ein bisschen unser Haus. Das Weingut ist 300 Jahre alt und zählt zu einem der führenden Erzeuger in der Pfalz. Wir haben eine lange Tradition für herausragende Weißweine und in den letzten zwei Jahrzehnten auch für sehr kraftvolle und gehaltvolle Rotweine. In diesem Zusammenhang präsentieren wir Ihnen dieses Jahr unseren Erner, den Red Reserve. Das ist unser Werner im Boden Reserve im ersten Jahr. Schön. Ja, sehr gerne. Wir haben sich 2018 angeboten, dass wir uns machen, durch die Südländer stattfinden. Wir haben einen Zeugnis-Kabernäse und den Nero-Mann-Zettel. Sollt! Das ist sehr oriental. Das ist super typisch. Und nachher habe ich schon ein paar Bodo-E-Kazins. Das ist ein paar Bodo-Kazins. Liebe Weinfreunde von City, wir freuen uns, dass wir Ihnen mit diesem Wein ein paar genussvolle Momente zur Weihnachtszeit bereiten können. Hoffen, dass Ihnen unser Wein gefällt. Wir wünschen Ihnen frohe und besinnliche Festtage. Alles Gute im neuen Jahr. Eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und sehr zum Boden.